Herzlich Willkommen zurück zu unserem Let's Play Europa Universalis mit Moskau. Wir waren jetzt in der letzten Folge mit den Kriegsvorbereitungen beschäftigt und der Waffenruhe ist ja mit Novgorod jetzt abgelaufen und wir werden jetzt den Krieg erklären. Kriegsziel ist Eroberung von Novgorod und Polen wird nicht beitreten, brauchen wir auch gar nicht. Feuer! Und dann werden wir die versuchen hier natürlich gleichmöglichst zu zerschlagen. Was kostet eigentlich die gesamte... So, ich habe gerade keinen Diplomaten. Ich hoffe natürlich, dass ich die jetzt in einem Rutsch auch annektieren kann. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben hier ein Schiff vernichtet, sehr gut. Aber eigentlich sollten die ja im Krieg... achso, machen sie ja auch einen Kriegheimkern. Und es sieht so aus, als würden wir hier die Armee fast komplett zerschlagen können. Nicht ganz gereicht. Ich werde mal gucken, was ich meinen Verbündeten, meinen Vasallen für Anweisungen gegeben habe. Ja, wunderbar. Genau, die sollen Provinzen belagern, selbstständig. Lagerung am Spalten. Denn wir müssten die eigentlich annektieren können. Ne, das gibt's nicht. Ich glaube, es reicht nicht ganz, 2%. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oh, ist ja bitter. Reicht tatsächlich nicht ganz. Naja, okay. Ich muss nur eine Provinz übrig lassen. Aber natürlich keine, die an Schweden grenzt, damit die sich unter Nagel reißen. Aber, naja. Korruption ist einer der am häufigsten und gangsten... Faktoren im politischen und wirtschaftlichen Leben. Dies war in der Vergangenheit niemals so auffällig wie in diesen Zeiten der feudalen Regimes. Eine Stabilität verlieren oder eine Korruption bekommen? Wir nehmen lieber die Korruption. Das können wir aber sogar ein bisschen verringern hier. 0,1 pro Jahr ist genug Korruptionsverringerung. Das sollte reichen. Ja, die werden wir hier platt machen jetzt. Mal gucken, welche Regionen brauche ich denn nicht? Die will ich hier komplett annehmen. Cola will ich übernehmen. Ah, dann werde ich hier Ladoga übrig lassen. Aller Wahrscheinlichkeit. Kleine Provinz. Die kann ja dann auch niemand anderes annektieren. Wer war besetzt. Ah, es wird ein schneller Krieg. Und, ähm... Dann stand ja im Raum, dass wir die Polen mal bitten, uns hier gegen die Horde zu helfen, um Rehazan zu erobern. Usbekistan wäre gerade nicht dabei. Polen findet sich gerade im Krieg. Kriegsminnigkeit, ja. Oder wir fangen dann, nachdem wir hier den Krieg gewonnen haben, mit der Annektierung von Plesko oder Ordojev an. Ich habe ja gesagt Plesko wahrscheinlich, weil... Danach will ich mir den Liphonischen Orden als Basalen sichern. Deswegen hatte ich ja auch in der letzten Folge so ein bisschen, ähm... Aushebungen angeordnet. Und ich habe schon wieder den Timer vergessen. Moment, Moment, Moment. So. Ja, vier Minuten oder so haben wir jetzt schon gespielt. Schätze ich jetzt mal. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ordojev belagert hier. Sehr gut. Großknies. Ladoga wird von Moskow besetzt. Ja, schön. Die sollen sich mal hier verziehen. Die Pleskauer. Ich schicke die mal hier nach oben. Ich kriege nämlich wegen denen hier Verschleiß. Gut, ich habe volle Mannstärke. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Optimal ist es nicht, sagen wir mal so. Wo ist meine Flotte? Oh, okay, die sind nach oben geflohen. Gut. Die Novgoroda werden ja gleich ihre Flotte verlieren. Weil sie keine, ähm... Hafenprovinz mehr haben werden. Seeprovinz. Küstenprovinz. Hier hängen wir oben fest. Kazan. Sibir. Haben wir hier noch irgendwie einen Anspruch auf die? Ich werde hier mal ein Spionage-Netzwerk aufbauen. Vielleicht bekommen wir hier auch die Chance, Kazan noch zum Balein zu machen. Bei den Technologien sah es ganz gut aus. Genau, wir haben ja hier auch den militärischen Fokus gesetzt. Und wollten jetzt erstmal hier ein paar Ideen durchbringen. So, und dann können wir hier auch schon in die Friedensverhandlungen gehen. Ähm... Ähm... Doch! Ne. Doch! Kann ich komplett annektieren. Wunderbar. Toll. Aber... Wir brauchen noch ein bisschen Warscore. Ähm, ja wir werden jetzt aber keine Truppen mehr in den Kampf schicken. Wir werden einfach das jetzt ein bisschen runter ticken lassen. Also, ähm... Die Kriegsmüdigkeit wird sich ja ganz schnell erhöhen jetzt, weil die komplett besetzt sind. Ähm... Ich will jetzt da nicht unnötige Mannstärke verheizen. Das wäre schade. Und diese Festung hier kann ich schon abreißen. Die wird nicht mehr von Bedeutung sein. Ich habe jetzt hier auch noch eine Festung in Novgorod. Die kommt weg. Dann sparen wir uns ein bisschen Geld und wir können hier gleich wieder mal... ...die ganzen Festungen sofort wieder... ...stilllegen. Drei Festungen haben wir bloß. Ja, Novgorod kommt ja gleich noch dazu. Na, na, na. Jetzt geht's schon. Und wir wollen noch ein bisschen Geld rauspressen. Volle Annexion und 39 Dukaten. Wir kriegen eine Überdehnung von 59. Wir haben auch gerade... ...genug administrative Macht, um... ...alle Provinzen zu koren. Und... ...aggressive... ...Expansion von 76. Wir hoffen natürlich, dass sich das so ein bisschen hier auf... ...Lovgorod beschränkt, weil die verschwinden ja sowieso gleich von der Karte. Und dann fordern wir das mal. Sehr schön. Schweden 39 aggressiver Expansion. 34. Und mit Litorn 32. Ja, das geht alles noch. Ist noch nicht in der Nähe, dass man... ...dass hier gleich die großen Koalitionen sich bilden. Novgorod haben wir erobert. Und, ähm... ...daddich haben wir jetzt natürlich... ...ähm... ...unseren ersten großen Rivalen hier ausgeschaltet. Wunderbar. Nun kann ich Kohler nicht koren. Oh. Ja, wir Nationalisten! Die werden wir uns natürlich sofort kümmern. So, um sofort zu vernichten. Eigentlich müssen das ja samische Nationalisten sein, ne? Und wir hoffen natürlich, ähm, dass wir... ...potenzielle Aufstände niederschlagen können. Und wir wollen denen ja hier keine weitere Autonomie gewähren. Das wäre schade. Das läuft, das läuft, das läuft. Sehr gut, okay. Und jetzt darf ich hier nicht gleich den Zeitpunkt verpassen. Wenn der Modifikator abläuft. 1. Dezember 65. Mord abrufen. Das Brandenburg. Ja, wir haben also jetzt fast schon die ganzen russischen, ähm... ...Kleinfürstentümer, das Ganze, die ganze Kleinstaaterei hier beendet. Und alles in einem ostslawischen Reich sozusagen vereint. Das da heißt Moskau. Das läuft sehr gut. Läuft sehr gut. Und wir haben einen neuen Nachbarn, Schweden. Und die würde ich gerne bei ihrer Unabhängigkeit unterstützen. Und als Verbündete gewinnen. Ich hoffe, dass das jetzt hier schnell siegreich ausgeht. Gut aussieht, gut aussieht. Ja. Ja, aber... Schön. Zwar ein bisschen Mannstärke gekostet, aber... ...wir müssen jetzt sowieso warten, bis die Provinzen gekort sind. Und, ähm... ...da kann sich das ja auch gleich wieder ein bisschen regenerieren. Belagerung abspalten. Zurück nach Novgorod. Hier geht's zurück nach Moskau. Samische Nationalisten. Perfekt. So, es ist der erste Dezember. Und der ist noch nicht weg. Der Modifikator. Sauerei. Geil. Mal kurz warten, bis zum ersten Januar. Wir können natürlich auch einen neuen Staat bilden. Hier oben werde ich keinen neuen Staat bilden. Das ist Verschwendung. Sind die noch im Krieg, ja? Ja. Und jetzt könnte ich hier auch den Anspruch fingieren. Das ging ja vorher nicht. Weil ich keine Grenze hatte mit denen. Und dann möchte ich versuchen, die zu Vasalisieren. Ist mir jetzt wichtiger als Kasan, um ehrlich zu sein. Aber vorher beginne ich jetzt hier... ...die Annexion. 1470. Vier Jahre wird's dauern. Vier pro Monat, bestätigen. Ist ein bisschen größerer Vasal. Ähm. 82. Ah ja. Also wir hätten natürlich auch AutoEF zuerst nehmen können. Aber... Ich habe mich jetzt mal für Pleska entschieden. Weil... Dann haben wir hier im Nordwesten Einvasalen. Und hier unten haben wir noch einen kleinen Pufferstart. Nach... Litauen. Blaue Horde und so weiter. Ähm. Und wir kriegen hier Ingermannland als weitere Seeprovinz. Das ist auch wichtig. Apropos Seeprovinz. Ähm. Ich wollte... Handelsschützen. Novgorod. Könnt ihr euch auf den Weg machen? Handelsschützen. Novgorod. Oh, dann können wir auch gleich wieder... ...zwei weitere Boote ausheben. Schiffe ausheben. Oder auf Kiel legen. Läuft bei uns. Hälfte sind wir schon durch mit der... Und wir haben hier gerade schon wieder Novgorodische... ...Nationalisten. Wie viel können die denn aufbringen? 32.000 Mann. Das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. Da müssen wir mal was machen. Das ist mir zu viel. Da muss ich denen jetzt doch ein bisschen Autonomie gewähren. Oder ich guck mal, ob wir durchhalten, bis die Sache hier gekohrt ist. Aber das muss ich jetzt im Auge behalten hier. Wie es dann aussieht, ob das dann runter geht, die Zahl. Also von... 34.000. Armee lasse ich in der Alarmbereitschaft erstmal noch. 60. 60. Ah. Cool, als hier um Besitz zu beanspruchen. Die Schweden. Unter Kazan werde ich jetzt hier... ...einfach mal in Anspruch fingieren. Auf... Kazan. Damit ich hier theoretisch schnell eingreifen könnte. Wenn ich müsste. Einen Moment. Ich mach mal kurz meine Tür zu. Weiter geht's. Ja, das ist zu viel. 34.000 Rubellen hier zu prügeln, das ist... Dann räume ich den doch lieber ein bisschen Autonomie ein. Kazan beendet. Den hab ich beendet. Die verlieren hier richtig heftig gerade. Polen ist auch noch im Krieg. Hm. Ah ja, die haben die wieder von der Mark zum Basalm gemacht. Wollen sie wahrscheinlich jetzt doch annektieren, denk ich mal. Und Kazan hat richtig abgekackt hier. Was gar nicht so schlecht ist, weil... ... jetzt können wir die ganz leicht zum Basalm machen. Könnten wir, wenn wir... Ja, ist jetzt die Frage. Holen wir uns jetzt erst den Lifornischen Orden oder... Kazan. Ähm, ich glaube ich geh doch auf Kazan. Weil... Ich will ja dann, wenn die hier Frieden geschlossen haben... ... gegen die Blaue Horde gehen. Dann will ich mir hier zwei russischen Provinzen holen. Und kann dann meinem Basalm sozusagen... ... hier noch mit ein paar Provinzen füttern. Das wäre also gar nicht so schlecht. Aber erst muss ich mich hier um die Revolte kümmern. Die sind ja jetzt auch gerade ganz stark geschwächt. Kazan. Ja genau, das ist logisch. Das ist eine gute Idee. Gehe ich erstmal jetzt hier ein bisschen nach Osten. Habe ich auch einen, ähm... ... muslimischen Basalm oder islamischen Basalm. 60. Ich hoffe, ich kriege die gekurrt, bevor der Aufstand losbricht. 80 sind wir jetzt gleich. Sehr gut. Der Adel fordert Privilegien. Unruhen global können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wir verlieren lieberes Prestige. Da haben wir auch gerade genug von. Und wir haben noch unsere Mission erfüllt, oder? In Germanland. Ah, okay. Naja, okay. Die werden ja gerade, ähm, annektiert. 60. Samische Nationalisten. Ach, den gebe ich mal ein bisschen Autonomie hier oben. Die sind sowieso unwichtig. Ähm, das ist schon okay. Das wäre jetzt, äh, unverhältnismäßig, wenn ich den da irgendwie... Wenn die sich erheben, bei 7000 Mann. Nee, ist das... Ist nicht wichtig da oben. Und dadurch haben wir jetzt natürlich, äh, den, ähm, Handelspunkt unter unsere Kontrolle gebracht. Können den Handel weiterleiten. Was wir hoffentlich schon machen. Ja, okay. Das übertragen. Nein. Ja, ansonsten haben wir nirgendwo Einfluss. Weißes Meer. Oh, da gibt's nichts zu holen. Jetzt die Frage, ob ich, wenn ich da abschöpfe, mehr davon habe, als wenn ich unten weiterleite. Guck mal, 4. Wird weitergeleitet. Wahrscheinlich hier von, von den skandinavischen Nationen. Ich probiere mal was. Also ich habe jetzt ein Einkommen von 5,39. Und ich schicke jetzt mal hier, ähm, den Händler aus, äh, Astrachan, zum Abschöpfen. In der Hoffnung, dass ich, äh, dadurch ein höheres Einkommen habe. 5,39. 12 Tage ist er da. Ja, ein bisschen. Hat sich tatsächlich ein bisschen gelohnt. Und, ähm, dadurch wird auch weniger hier an die Skandinavier weitergeleitet. Sehr gut. So, Korin ist durch. Sehr gut. Jetzt ist die Frage. Jetzt sind es bloß noch 26.000. Das könnte ich, glaube ich, hinbekommen. Ähm. Und ich hole mir hier erstmal. Gefreiter zum Marschall. Kampfstärke der Infanterie. Das begünstigt natürlich jetzt auch das Niederschlagen der, der, ähm, Revolte. Großknies, eine neue Ideengruppe, wabw, wabw. Gefreiter zum Marschall. Im Grunde genommen hat jeder Gefreiter einen Marschallstab im Gepäck. Natürlich nicht wörtlich genommen. Doch wer sich in der Schlacht auszeichnen kann, den erwarten Ehrungen und Beförderungen. Die Truppe, die Truppe weiß das und wird von diesem Wissen inspiriert. Kampfstärke der Infanterie plus 10%. Sehr gut. Und der Deutsche Orden würde gerne unsere Truppen anwerben. Das werden wir nicht machen. Aber wir werden mal hier unsere Truppen nach Norden bewegen. Um dann jetzt gleich den Aufstand der novgoritischen Rebellen niederschlagen zu können. Wir riskieren es jetzt einfach mal. Schützt. Wir gucken mal, ob wir hier geradeaus von unseren Verständnungen irgendwas rauspressen könnten. Gewinnt Loyalität und gewinnt Einfluss. Spender. Da ist es erst wieder 1470 möglich. Diplomatische Hilfe. Wir wollen zu viel Loyalität verlieren. Könnten wir mit Dukaten ausgleichen. Das ist mir jetzt aber gerade zu teuer. Ich will mich jetzt nicht irgendwie verschulden. Das heißt, wenn wir jetzt Kazan als Basal nehmen, können wir wieder kein Bündnis eingehen mit irgendjemand anderem. Aber das ist egal. Also hier im Westen vor allem. Darum geht es mir. Mit dem Pool könnte ich mal wieder die Beziehung ein bisschen verbessern. So, und hier ist der Nationalismus schon stark gesunken. Das finde ich auch sehr gut. 80 Prozent. Niederlage der Händler. Klasse. Der Stadt der Bürger verliert 10 Einfluss. Ja, dann ist das so. Sind die irgendwie sauer an hier? Alles noch im grünen Bereich. Achso, und ich kann ja... Habe ich ja festgestellt... Hier einen neuen Staat gründen. Das mache ich auch. Finden wir ein bisschen mehr Einkommen. Und den corren wir auch gleich mal für 95 Punkte. Haben wir jetzt hier einen neuen Staat. Und hier werden wir auch einen neuen Staat gründen. Und uns hoffentlich hier auch irgendwann mal Viborg holen können. Auch ein bisschen mehr Einkommen. Kernprovinz 35 kostet das bloß. Sehr gut. Hier kriegen wir auch gleich hier zu unserem schon bestehenden Staat Pleskow die zwei Provinzen noch dazu. Und ähm... Ja. Ladoga. Ah, okay. Das hatte ich gerade nicht genug administrative Macht, um das hier komplett zur Kernprovinz zu machen. Wie sieht es aus mit dem Aufstand? 80 Prozent. Und unsere Recruitenreserve nähert sich den 40.000 an. Ist auch nicht unwichtig. Dass die hier mal ein bisschen wächst. Staat sie aus Polen. Die haben hier gerade gewonnen die Schlacht. Ich nehme die Staat sie jetzt mal an. Das wird unsere Beziehungen verbessern. Und die Chancen erhöhen, dass wir uns in einem Krieg beistehen. Ein Iphonischer Orden kann ich jetzt auch in Anspruch regieren auf Nava. Jep. Dann können wir die auch abberufen. Habe ich jetzt so die Richtigen gerade geklickt? Berufen. Ähm. Ja... Mhhh. 80 Prozent immer noch. Statistisch gesehen ist in maximal fünf Monaten jetzt hier ihre Rolte ausbrechen. Bei einem Aufstandsrisiko von 21 Prozent. Jetzt sind es bloß noch 24.000. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, wollt euch nicht erheben? Vorher gehe ich nicht in den Krieg, aber ich könnte natürlich Kazan schon den Krieg erklären und so ein bisschen darauf spekulieren, dass meine Vasallen sich darum kümmern. Sibir. Ah, wir hatten noch ein Darlehen. Das würde ich eigentlich auch abzahlen. Die verlieren wir nämlich 0,5 Dukaten pro Monat. Das ist ein bisschen schade. Was machen die Berater? Haben wir immer noch von jedem eins? Okay. Von jedem einen. Jetzt können wir hier die Kernprovince erstellen. Sehr gut. Jetzt sind es wieder 26.000. Kommt schon, jetzt erhebt euch endlich, dann habe ich hier meine Ruhe. 90. Sehr gut. Ja, jetzt geht's los. Wir müssen hier sofort die Verstärkung reinschmeißen. Oh, die kommt zu spät. Nee, es reicht noch. Sehr gut. Oh, wo ist der Sieg noch? Jaaaa! Hat zwar mächtig Manpower gekostet damals. Das ist okay. Damit kann ich leben. So. Und jetzt können wir uns hier Kazan zuwenden. Und einen neuen unseren Einfluss hier weiter Richtung Asien ausdehnen. Wie gesagt, wir werden dann die Blaue Horde den Krieg erklären, um hier die russischen Provinzen zu obern. und gleichzeitig können wir dann unseren zukünftigen Vasallen Kazan, das sage ich jetzt einfach so, dass das eintreten wird, hier ein bisschen Provinzen füttern. Mit Provinzen füttern. Und wir haben es wieder geschafft, denen hier keine Autonomie zuzugestehen. Ist auch gut. Ich überlege gerade, ob ich... Warum habe ich eigentlich so hohe Ausgaben gerade? Ah, okay. 20 durch... Durch, ähm... Verstärkung. Wieder zu einer Mark gemacht, okay. Wie ihr wünscht. Die schicke ich... Oh nee, ich lasse die mal in Lovecraft stehen. Wir sind ja auch schon mit der halben Annektierung durch. Bei Pleskau. Das heißt, im besten Fall ist, wenn wir die hier zum Vasallen machen, werden die dann geradezu eingegliedert sein, dann kriegen wir auch keinen Malus auf diplomatische Punkte. Perm hat... Ist hier fleißig... Ach, sehr gut. Am Konvertieren. Das müssen wir dann nicht übernehmen. Und jetzt... Es sieht unsere Position sehr gut aus, im Moment. Muss man sagen. Schweden. Schweden. Wir verlieren hier glaube ich auch gleich unsere Ansprüche. Bis 72. Bis 71. Hm. Wenn wir nicht vorher noch in den Krieg gehen können. Krim und Usbekistan. Ja, wenn wir Polen und Litauen dafür gewinnen können, dann äh... Ist das überhaupt kein Ding. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal... Dafür müssen wir jetzt erstmal ähm... Krasan erobern. Beziehung verbessern. Ne... Ne... Das wollte ich nicht. Ich wollte ein Spionage-Netzwerk aufbauen, falls wir jetzt hier die Ansprüche verlieren. Dass wir die gleich erneuern können. Und wir haben hoffentlich auch schon wieder ein bisschen aggressive Expansion verloren. Ja. Sehr gut. Gut. Schon wieder unter 30. Das habe ich gut im Griff im Moment. So. Und die können jetzt angreifen. Diplomatie. Krieg erklären. Eroberung von Krasan. Sibir wird auch beitreten. Aber ich glaube, die sind nicht so stark. Und dann äh... Bestätigen wir das Ganze mal. Ah, die kommen weg jetzt. Schade. Festungen haben sich ähm... Aktiviert. Novgorod kann ich stilllegen. Und Luki kann ich auch stilllegen. Wir sind gerade nicht in der Lage, hier große Summen anzusparen. Leider. Warum haben wir so hohe Ausgaben? Söldner kosten auch relativ viel. Muss ich nochmal überdenken, ob ich die dann behalten möchte. Ich habe ja jetzt doch eine relativ hohe maximale, ähm... Maximale... Rekrutenreserve. Brauche ich vielleicht doch keine Söldner mehr. Und die Eroberung Krasans wird sich natürlich auch positiv darauf auswirken. Wir verlieren lieber Prestige. Wie immer. Ich ziehe nach als Charlie. Wir wollen keinen neuen Staat gründen. Wir wollen keinen neuen Staat gründen. Das würde sich nicht lohnen. Moment. Ich will dann lieber hier unten noch ein paar Staaten gründen. Weil, äh... Wir können das ja auch nicht unendlich machen. Wir haben ja bloß... Bloß noch äh... Drei Staaten, die wir gründen können. Sibir. Ja, bringt 5000 Mann ins Feld. Ist harmlos. Harmlos. Und hier sind die auch schon, okay. Perm ist fleißig am Belagern. Ah, einen schnellen, entscheidenden Sieg. Das ist das, was wir wollen. Und Polen ist im Frieden. Die können jetzt ein bisschen ihre... Kriegsmöglichkeit abbauen. Das gefällt mir. Und ich mache hier einen Cut, und dann geht es gleich weiter. Vielen Dank.